Trainingsrhythmus setzt aus, aber ein ganz gefährlicher Spieler. Ja, man wird sehen, wie er dieses harte Spiel, Angriffsspiel, was er spüren kann. Ja, wie er diese Kombination. Ja, super Ball. Ja, wir schauen mal, ob das jetzt wie ähnlich läuft. Ich versuche, der schlägt jetzt mal davor. Vor- und auf, Rückhandaufschlag. Und holt sich den Satz. Das ist ein Kurz-Kurs-Spiel gewesen. Jetzt mit einem super Aufschlag. Hat auch gemerkt, dass... Also beim Aufschlag, logischerweise, gut, der Aufschlag, da kann er nichts reklamieren. Ja, aber Kassel da mit diesem Kontor. Kassel gibt die richtige Antwort im Ballwechsel. Ja, ist eher der Aufschlag, den er von der Vorhandseite her macht, Kassel. Und da hat Kieler in Ort reklamiert, da ist der Ballwurf nicht hoch genug. Aufschlag aus der Vorhand. Ja. Starke. Ja, heute mit einem ganz schwachen Aufschlag. Das war genau der langen Aufstieg, hatte relativ gute Erfahrung. Und jetzt wieder lang. Ja, und danach geht der vor... Einwurf von Ort. Hinten los. Arsch. Macht gleich den Fehler. Hinten los.